Wir Spieleentwickler sind alle naiv und das ist gut so. Bip, nein, Logo, bip, 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 bip. Hier bin ich wieder. Ich habe immer noch die Tasten nicht gelernt. Also, ich glaube, dass Naivität der Grundstein ist, dass überhaupt Spiele gemacht werden oder so Großproduktion. Weil jedes Mal, wenn wir anfangen, Spiele zu machen, verschätzen wir uns. Wir verschätzen uns, wie lange das dauern wird, wie kompliziert das dauern wird, wie schwer das dauern wird, wie schwer das sein wird und so weiter und so weiter. Und ich glaube, wüssten wir von vorher ganz rational in unserem Kopf drin, wie schwer das wird und wie fies und wie viel Geld das kosten wird und wie viel Zeit, da würde wahrscheinlich nie irgendwas anfangen. Das ist meine Theorie. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so seht. Und deswegen finde ich das durchaus wichtig, auch naiv zu sein. Oft wird das so ein bisschen verteufelt, oh, du bist ja naiv, als ob das was Schlimmes wäre. Und natürlich ist es sinnvoll, sich mit der Realität der Welt auseinanderzusetzen. Aber, wie gesagt, in dem Fall glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass wir etwas naiv sind. Zumindest etwas, ja. Und ich wollte mit euch auch darüber reden, wie es mir sehr geholfen hat und auch jetzt immer noch teilweise hilft. Und zwar habe ich so einen Block, lass mal gucken, so sieht der aus. Da gibt es ja viele Game-Tricks, ja. Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass ich hier auseinandernehme, wie welche Texturen verwendet werden für irgendeinen schönen Effekt. In dem Fall ist das der, nee, wo ist er denn? Hier, dieser Effekt von den Engeln hier und so. So, und das, dieser Blog war für mich sehr wertvoll, hat für mich sehr viel getan. Den Job, den ich jetzt habe und auch den davor habe ich nur deswegen, weil ich diesen Blog geführt habe und das Leute zufällig gesehen haben, was mich sehr, sehr freut. Und für dieses Projekt war es sehr wichtig, naiv zu sein. Zum Beispiel schreibe ich da über Sachen, wie diese Fallout-Edges. Und ich mag die total gerne. Und zwar seht ihr hier, das ist so ein Stein, der hat die so abgeschnuppelte Dinger, ja. Würde ich jetzt normalerweise hingehen und sagen, okay, ich muss mir einen High-Pulli bauen, was mit ganz viel Detail ist und dann bake ich das und so weiter. Aber beim näheren Hingucken, und Fallout 3 ist ja auch noch ein bisschen älter, das Spiel, sieht man, da ist irgendwas. Und dann guckt man sich den Stein mal so an, die haben so Mod-Editor, da kann man sich das angucken, dann sieht man das gar nicht, diese abgeschnuppelten Kanten. Und dann findet man so eine Textur und dann findet man raus, dass hier, da so ein Streifen Polygone nochmal drüber liegt, wo diese Textur drauf ist, diese Loch-Textur hier. Und alles in allem ergibt dann, wo ist es? Ganz oben, ne? Er gibt dann diesen Eindruck. Also, total coole Idee. So, wenn man jetzt aber dort arbeitet und das jahrelang einfach so macht, dann ist das nichts mehr Besonderes für den Männchen, der das macht so. Der würde, oder die würde nie darauf kommen, einen Artikel darüber zu schreiben. Bei mir war es so, ich hatte, glaube ich, einen guten Sweetspot. Ich habe schon ein paar Jahre in der Branche gearbeitet, aber noch nicht mit so vielen coolen Techniken. Aber ich war in der Lage, zu sehen, was da, ob da was Besonderes ist. Und weil mich das so fasziniert hat, habe ich dann auch ohne viel drüber nachzudenken, also total naiv einfach so reingeschrieben und auch ohne drüber nachzudenken, ist das jetzt cool oder nicht, wissen das ganz viele andere, ist das vielleicht viel zu doof, mache ich mich da vielleicht zum Eierkopf, okay, ich bin ja schon Eierkopf, weil zum Lackmeier, ich weiß nicht, wie man das sagt, auf jeden Fall mache ich mich damit irgendwie zum Hengst, nee, das sagen wir auch nicht, zum Horst, zum Horst, mache ich mich zum Hengst. Ja, okay, also mache ich mich zum Horst. Wenn ich das schreibe und die denken dann alle, oh, was bist du für ein Anfänger, alles keine Gedanken, die ich mir gemacht habe, einfach drauf losgemacht und ganz viele solche Artikel geschrieben. Teilweise sind die sogar so simpel wie dieser hier, so, hey, ich finde diesen Effekt cool, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Und in dem Fall war es dann sogar so, dass Leute gesagt haben, ja, du, das nennt sich Chromatic Aberration. Und dann habe ich wieder was gelernt, obwohl ich, ja, also, keine Ahnung, ich habe zumindest was gelernt daraus, obwohl ich nicht vorher wusste, was das eigentlich ist, einfach eine kleine Vorstellung. Später wurden die Artikel dann schon länger und größer, wie ihr hier seht, mit diesen ganzen Texturen und Analysen und sowas. Aber ich versuche mir immer noch so ein bisschen diese Naivität beizubehalten und man muss aufpassen, wenn man irgendwas Cooles entdeckt, nicht zu viel Research zu machen, weil wenn man dann entdeckt, oh, das ist ja irgendwie so common knowledge, dann kann schnell dieser Effekt entstehen, ja, okay, da brauche ich sie auch nicht hervorheben. Aber ich finde, eine Sache sollte man nie vergessen. Es gibt mehr Anfänger da draußen als Profis. Und selbst wenn ihr Dinge beschreibt, die vielleicht für viele der Profis, die aber wenige sind, total lapidar sind, dann freuen sich trotzdem noch sehr, sehr viele Leute, wenn ihr trotzdem Sachen erklärt, ja, die eben vielleicht denen noch nicht bewusst sind. Und eine zweite Sache, die ich merke, weil ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger in der Branche, trotz dessen, dass ich Sachen weiß schon, mag ich es trotzdem, die nochmal aufbereitet zu sehen oder mir Workflows von anderen anzugucken. Und selbst wenn es der Workflow ist, den ich auch habe, dann gibt mir das trotzdem ein gutes Gefühl, einfach zu wissen, ah, andere machen das auch so, okay, ich bin also nicht auf dem Holzweg. Weil oft ist es ja so, wenn man sich wirkflos ausdenkt oder irgendwie hat man nicht so ein Gefühl dafür, ist das eigentlich cool, machen das andere auch so oder ist das total doof und andere haben viel bessere Lösungen. Also selbst wenn das Wissen, was man schon hat, nochmal repetiert wird, kann das trotzdem einen guten Erfolg haben. Und selbst wenn man das schon weiß, kann es trotzdem nochmal so ein nostalgisches Ding sagen, ach ja, das ist wirklich ein cooler Effekt, den habe ich vor zehn Jahren das erste Mal gesehen, ist echt, echt toll, danke für die Erinnerung so ungefähr. Also für mich hat das auf jeden Fall sehr positiv funktioniert, einfach auch mal drauf loszumachen. Und diese Naivität, finde ich, hat mir geholfen, nicht zu viel drüber nachzudenken, was hier eigentlich oder ob das ein Problem ist und sowas. Und tatsächlich merke ich jetzt, wo ich schon sehr viel gelernt habe, dass ich teilweise diese Blokade habe, ja, dass ich Sachen sehe in dem Spiel und denke mir so, boah, das ist irgendwie cool und dann so, hm, ja, aber soll ich das darüber schreiben? Nicht, dass das irgendwie, nicht, dass die da denken, ich bin irgendwie, weiß ja gar nichts, weil das ist ja doch irgendwie vielleicht so simpel und so. Und ich versuche das dann aktiv loszuwerden, diesen Ballast, diese Blockade, weil ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, es ist gut, einfach zu sagen, okay, hey, lass mal was machen. Und wie gesagt, da kommen wir wieder zum Anfang des Videos, ich glaube, dass diese Naivität nach Abschluss eines Projekts, wo man es eigentlich besser wissen sollte, aber die Naivität hilft uns dann, neu zu starten, weil jetzt geht es ja bestimmt schneller, weil jetzt habe ich ja ganz viel gelernt aus dem letzten Projekt. Jetzt geht das schneller und besser und sicherer und es wird weniger Geld kosten und es wird viel besser aussehen. Und jetzt machen wir das World of Warcraft 2 in viel besserer Grafik, denn vorher habe ich ja diesen Pong-Klon gemacht und das ging ja richtig gut. Ja, so viel Naivität ist vielleicht nicht gut, aber so ein bisschen, ein bisschen finde ich gut. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ciao.